Mein Tipp für heute sind die Chroniken des Eisernen Droiden. Insgesamt sind wir bei neun Bänden. Die Hauptfigur ist Atticus O'Sullivan, das ist der letzte irische Droide. Und er hat einen sprechenden Wolfshund namens Oberon, was ziemlich cool ist, weil die Bücher erklären einfach die großen Fragen der Menschheit. Wenn Hunde sprechen könnten, was würden sie sagen? Wie würde Jesus aussehen, wenn man ihm begegnet? Und müssen Vampire kacken?